Es gibt ja schon Menschen, die viel zu viel Geld in den Arsch gesteckt bekommen. Gabe Nure zum Beispiel. Ja, ich hab mir gedacht, hey, äh, lass doch mal Kässe öffnen. Und deshalb hab ich mir auch direkt mal Felkien-Kies gekauft. Und Chroma 2-Kies. Nice. Ich würd sagen, wir fangen einfach direkt mal mit den Felkien-Kässe an, weil... Äh... Ist auch scheißegal, weshalb wir damit anfangen. Beim letzten Mal hab ich, äh, das System benutzt. Letzter Schlüssel. Erstes Case. Diesmal... Äh, let's... Egal. Gib mir endlich dieses Knife, Mann. Knife. Nee, schon wieder. Vielleicht bringt's ja was, ein bisschen am Knife zu rummeln. Moment. Islam. BÄM! Du wolle Hyperpiece! Waa! Waa! Nein! Ich muss euch was gestehen, ich habe gar kein System. Also ich glaube nicht an mein System. Ich weiß auch nicht. Ich nehme einfach das hier. Ich drücke auf gar nichts. Achso, okay. Okay, bitte. Bitte! Bitte! Ahaha! Ahaha! Ohhhhh! Ohhhhh! Du wärst für was wert gewesen, das ist ja total kack. Du bist gar nichts wert, du herzlichen Stück Scheiß. Okay, okay. Neue Idee für das System. Wir haben zwei Reihen und drei Keys. Eigentlich ist es vollkommen egal, wie viele Keys wir haben. Wir haben zwei Reihen. Und das heißt... Das weiß eigentlich gar nichts. Wir nehmen einfach... ...einen fucking... hier. LIEF! Bitte! Nur einmal, Gabe. Nur einmal. Nur einmal. Das war... Hey! Nur Static Sword of Origami. Danke, Gabe! Please! 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 Ich hab grad... Ich empfang grad die ganz böse Schwingungen, ja? Ganz böse Schwingungen empfange ich. Wuh! Wuh! Ich seh mehr Cases. Ich seh... Ich seh mehr Schlüssel. Und ich seh ein leeres Bankkonto. Und ich seh eine weilende Person. Oh! Was macht... Nein! 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 Hör auf! Nein! Hör auf! Weg mit dem Alkohol! Weg mit dem Alkohol! Fragen! Frau Frag volleyball! Was machst du da? Hör auf! Nein! Neuuun! Haeeeeeen! Die Prophezeiung stimmt also! Nein! Nein! Ja, ich weiß, dass ich mir in die Schulter fasse, aber wie soll ich das so machen? Die hat es da drüben. Ah, nein. 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 Oh, verdammt. Na gut.